Jo, herzlich willkommen zum neuen Shop-Video hier am 22.02.2022. Ja Leute, was ist genau jetzt heute im Shop? Das seht ihr ja schon, aber bei mir dauert es jetzt genau 30 Sekunden. Was ich nenne, 30 Sekunden machen könntest. Gerne den Code von OkuTV eingeben und gerne auch auf, äh falsch, gerne auch auf diesem Kanal ein Abo da lassen. Und auch gerne ein Like da lassen und die Klocke spielen. Danke für euren Support in letzter Zeit. Was haben wir jetzt genau hier im Shop? Das solltet ihr euch jetzt alle wissen. 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Okay, die ganzen Marvel-Sachen, die sind geblieben. Okay. Okay. Der andere Bereich ist genauso geblieben, wie der vorher war. Nur das Paket ist nach unten gerutscht. Okay. Das Paket ist auch noch da. Haben wir oben was Neues? Nee. Aber ich kann's gerne mal vor. Ich guck mal, ob wir nicht irgendwie was Seltenes haben. Dann lass mich grad mal gucken auf Twitter. Also so, ihr seht das. Zack. Dann lass mich genau mal gucken auf Twitter. Ob wir nicht jetzt hier irgendwie was Seltenes haben. Ich werde nochmal kurz das dann machen. Dann haben wir auf jeden Fall einer der Fortnite-Kittyskins aus der Aura. Warum sag ich das? Weil immer wenn ich denen begegne, wissen die um ihr Leben. So wie die Gisabella. Den Weihnachts-Kisabella-Skin. Dann haben wir hier noch die Spitzsacke. Den Geld. Ja. Dann haben wir hier noch Beutelbeutel. Und wie herrscher. Dann haben wir hier den. Weil ich glaube, dass der ein bisschen selten ist. Aber ich weiß nicht. Dann haben wir noch hier das hier. Auf jeden Fall dabei. Dann haben wir noch die Spitzsacke. Auf zwei verschiedene Stiles. Die Lackierung und die Kleider. Auf zwei verschiedene Stiles. Auf zwei verschiedene Stiles. Auf zwei verschiedene Stiles. Auf zwei verschiedene Stile. Auf zwei verschiedene Stile. Und auch das geht da. Die Spitzsacke. Auch dann dieses Paket. Auch in rot. Die Spitzsackke. Die ein bisschen komisch finde. Und Leute, folgt mir gerne mal auf Twitch. Danke für euren Support. Dann haben wir hier schon Schnuschelops. Uuuuh. Schnuschelops. Ist dann da, da ich zöne sie. Schrollen. Wie gesagt, euch lassen wir mal ein bisschen das Internet abspielen. Ich krieg grad mal, ob wir nicht jetzt was Seltenes haben. Äh, aber ich sage eher nein. Ähm, ich sage eher nein. Haben wir jetzt hier irgendwie was Seltenes im Shop? Äh, 30 ist Aura plus das Ganze ist 30 Tage. Äh, nein, 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 nein. Das Seltenste ist, glaube ich, jetzt hier für ein Fetisch Target. Und zwar ist der Elektroswing. Oder? Ja. Wir haben heute nichts Seltenes. Elektroswing ist das Seltenste. Ja, die Lackierung. Das ist das Seltenste heute vom Shop. Und mein Idol. Und damit würde ich sagen, was das mit dem Shop-Video. Wie gesagt, verwende gerne einen Twitter-Code. Und folgt mir, wie gesagt, gerne auf Twitch. Das mittel ist das mit dem Shop-Tube-Чten mal rein. Mit dem Matthäuschen kleben! Vielen Dank.